Fast 21 Jahre und ich weiß immer noch nicht, was ich studieren soll. Also, ich hab schon eine Ausbildung, aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Ey, André, danke für die Insta-Nachricht, was geht. Ey, Niklas, meine Mutter macht mega Stress, nur weil ich meine Schwester an den Füßen kitzle. Hä? Ich meine, kommt auf allem was für ein Kontext, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Sie sagt, ich soll warten, bis sie geboren ist.